Rote Rosen Vorschau Folge 3877 Dele und Simon können sich zu Wort melden, nachdem Simon alleine handelt. Als Simon jedoch sagt, dass er am Tag vor der Hochzeit zu einem Geschäftstreffen nach Stockholm fahren möchte, kommen Dele Zweifel. Will sie wirklich eine Hochzeit? Günther erfährt, dass Silvio nur in Hamburg war und nicht, wie er behauptet hatte, am Amsterdamer Flughafen. Er erzählt Merle davon, aber sie kann ihm verzeihen. Aus Eifersucht beschließt Günther, an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen. Der Konflikt zwischen Silke und Gabi scheint unlösbar. Silke möchte keine Fernbeziehung, aber Gabi möchte ihre Karriere nicht aufgeben. Da sie keine Lösung finden, beschließen die beiden, mit dem Streit aufzuhören und an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen. Marvins Trick funktioniert und Marte glaubt fälschlicherweise, dass er gefilmt wird und gibt zu, den Diamanten in Panik in Ralfs Wohnung zurückgelassen hat. Annette und Ralf können endlich durchatmen. Zbm Zbm Zbm